Hallo liebe Vogelfreunde! Kennen Sie schon die neue Kornbar von Dober? Diese lockt mit ihrem originellen Design die unterschiedlichsten Vogelarten auch in ihren Garten. Für die Kornbar wurde recycelter Kunststoff und anderes hochwertiges Material verwendet, das sie nicht nur V-beständig macht, sondern auch eine besonders lange Lebensdauer gewährleistet. Zum Befüllen ziehen Sie einfach die Anflugstange aus dem Boden. Schon können Sie die Kornbar aus ihrer Aufhängung nehmen. Jetzt kann der Boden durch leichtes Drehen gelockert und das Futtersilo mühelos befüllt werden. Dank des praktischen Futtersilos ist das Futter bestmöglich vor jedem Wetter geschützt. Zu den beliebtesten Futtervariationen gehören zum Beispiel Sonnenblumenkerne oder Kleinkörnersaaten. Nach dem Befüllen drehen Sie den Boden wieder auf das Futtersilo. Achten Sie dabei darauf, dass die Markierungspunkte aufeinander liegen und der Verschluss eingerastet ist. Dann können Sie die Kornbar mit ein paar simplen Handgriffen wieder in die Halterung einführen und mittels der Anflugstange befestigen. Genießen Sie klippliche Vögel in Ihrer Umgebung und erfreuen Sie sich am Regentreiben rund um die Kornbar von Dober.